Gibt's zu, Hopp? Du bist gestern bestimmt bis in die Poppen wach geblieben um mit deinen neuen Pokémon zu spielen, stimmt's? Ich wette, ihr kommt schon richtig gut miteinander aus Und du und Hopp, Bruderherz Zwergenfürst und Homplo haben sich auch schon angefreundet Das ging ja schnell Sehr schön Gegenseitiges Vertrauen ist das A und O für einen Trainer und seine Pokémon Haltet immer liegen Glauben aneinander Geht nie auf und kämpft, kämpft, kämpft Nun denn Werdet ihr irgendwann zu meinen würdigen Rivalen Hallo? Was schaust du denn ihnen dabei an? Wenn hier jemand dein Rivale wird, dann ja wohl ich Na warte Das lasse ich nicht auf mir sitzen Ab heute sind Zwergenfürst und ich Rivalen Kampf darum Wer dein Rivale sein darf Ach was, wer hätte das gedacht? Jetzt sind wir waschechte Trainer Aber wie du weißt Wären Pokémon nicht von alleine stärker Das heißt, wir müssen unsere Pokémon trainieren Und mit ihnen Kämpfe bestreiten Moment mal Ob ihr es verdient habt Euch waschechte Trainer zu nennen Dann entscheide ich Und um das herauszufinden will ich Dass ihr gegen eine Kämpft Wie sieht's aus? Bist du bereit für den ersten und richtigen Pokémon-Kampf deines Lebens? Ich hätte jetzt gerne mal eine Pause Ich hätte für zwischendurch jetzt vielleicht mal Ein Sekündchen Pause Um mal zwischenzuspeichern Und mal Vielleicht Nicht dauerhaft vorzulesen zu müssen Das sind jetzt Wie lange lese ich jetzt hier schon am Stück Texte vor Das ist Ich will mal hier rumlaufen Mal ein bisschen speichern Mal die Welt entdecken Ich will mal Ich will nicht vollgelabert werden Bitte Na gut Dann kämpfen wir halt Erster Kampf des Lebens Auf geht's Kämpft mal gegen unsere Liberalen Glaubt an eure Pokémon Schließt ihnen ins Herz Und sorgt euch immer gut um sie Irgendwann entwickelt ihr dann ein Gespiel dafür Welche Attacken das Beste aus ihren herausholen So machen Kämpfe auch gleich viel mehr Spaß Seid ihr und eure Pokémon bereit für den Kampf? Dann lasst es mal krachen Ich habe jeden einzelnen Kampf meines Bruders gesehen Ich kenne alle Zeitschriften und Bücher Die er in seinem Zimmer hat Inne und auswendig Mir macht keiner was vor Ich weiß genau wie man einen Pokémonkampf gewinnt Na gut Na dann Lass uns kämpfen Pokémon Trainer Hop fordert dich raus Let's go Und ein Volley wird eingesetzt Zwei Pokémon hat er Ja gut Er hat einen Starter und er hat einen Volley Ich habe nur eins Oh vor dem Kampf Ich habe schon zwei Pokémon Ach was Wiederhole bitte nicht das Offensichtliche Ah hier haben wir das Kampfmenü Splitscreen Kampfbocken und Beutel Flucht Na Kann man überhaupt aus Trainerkämpfen fliehen Ähm 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 Scheinbar kann man das Na dann Tickel Bleibt uns ja nicht viel anderes übrig Als Tickel einzusetzen Und das Volley zu besiegen So siehts aus Na dann weiter Tickel Der Tickel ist zu Tode Ups Tickel Muddy Kämpfer So Wolli besiegt Und da war es nur noch eins Ein Volltreffer Na ja Für Anfänger Glück ist das auch ziemlich gut Wolli wurde besiegt Die Jaxboxen sind ziemlich schnell weg Erfahrungsgut alter Sehr gut Level 1 8 Level Plus an Level 6 Level Plus 1 Nicht so schnell Klar nicht so schnell Das könnte ich gerade sagen Ähm Na gut Kampf Äh Ich kann gut Sehr gut Dann verbrennen wir das Ding Verbrennen wir das Gegnersches Pokemon So So Verbrennen Oh Das ist sehr effektiv Weißt du etwa schon Bescheid wie die Stärken und Schwächen der Pokemon Typen aussehen Ähm Nicht unbedingt Ich kenne mich nicht so mit Stärken und Schwächen von Pokemon Typen aus aber So So Feuer und So das Klassische Das Standard mäßige Feuer gegen Pflanze und Wasser gegen Feuer und so weiter Das ist mir schon bewusst So So Die 2 Pokemon besiegt Oder B7 Hervorragend Hopp besiegt Ich hatte 2 Pokemon dabei und habe trotzdem verloren Und Hopplo seid echt krass Also mein Pokemon heißt Hopplo und mein Rival heißt Hopp Na das kann ja was werden Du gewinnst 400 Pokemon und dann gehst du siegreich aus dem Kampf gegen Hopp hervor Wow Du bist unglaublich Jetzt weiß ich warum mein Bruder nicht nur mir sondern auch dir ein Pokemon geschenkt hat Was für ein packender Kampf Um ein Haar hätte ich Glowack raus gelassen um selbst mit zu kämpfen Ihr habt euch großartig geschlagen und eure Pokemon waren auch einsame Spitzer Jetzt mach ich sie erstmal wieder fit Sie sind bestimmt erschöpft Du hast echt Talents zu ihr angeführst Deshalb würde ich dich gerne um etwas bitten Ich will dass du Hopps Rivale wirst damit ihr aneinander wachst Ähm Also Ich hoffe also Im Sinne von aufleveln Also Wenn ich an ihn dran wachse das hätte ich nicht so gerne Also ich würde sie schon frei rumlaufen können Das wäre mir schon lieb Und gemeinsam stark werdet Ich will noch viel viel stärker werden Ich will noch viel viel stärker werden Ich will noch viel viel stärker werden Was sagst du Bruder Hans Bin ich bereit für meinen ersten Arena Kampf Puh Du machst wirklich keine heilen Sachen Du willst also Der Arena Challenge teilnehmen Der größten Turnier Skalars Wenn das so ist dann solltet ihr euch zuallererst mehr Wissen über Pokemon aneignen Vor allem du Zwergen fürcht Ich schlage vor ihr besorgt euch einen Pokédex Ein Pokédex wird euch helfen die Stärken und Schwächen eurer Pokemon zu verstehen So gesehen ist ein Pokédex nicht bloß mit Daten Sondern auch mit Liebe eines Trainers zu sein Pokemon gefüllt Versteht ihr? Verstehe Ist nicht meine erste Generation die ich spiele Und so grundlegendes weiß ich schon das musst du mir nicht erklären Das Tutorial kannst du eigentlich überspringen Wenn dein Bruder sagt dass echte Trainer sowas brauchen dann ist das auch so Schauen wir gleich im Pokemon-Labor vorbei Wo sein Pokédex abzugreifen Zwergenfürst Ich mag dein Enthusiasmus Hopp Ok ich sag der Professorin Bescheid dass ihr kommt Mein Traum ist es der nächste Scheib zu werden Dein Pokédex kriege ich mit Linksvervollständigt Wenn wir noch lange von meinen Taten erzählen Dann wird noch lange von meinen Taten erzählen Die Legende von Hopp beginnt hier Du sollst doch deiner Mutter Bescheid geben Dass wir uns ein Pokédex holen gehen Ok ich habe mir den Mund vorsichtig geredet Pfff Ja Ich glaube es wird Zeit hier mal eine kleine Pause einzulegen Und dann, wo wir uns das tun Okay, ich kann pfeifen Pfeifknopf Interessant Ok das gibt wohl eine Professorin hier im Spiel Ja, wir müssen aber erstmal zu Mutti zurück Zu unserem Haus war das gerade was war das kann für ein geräusch hast du das auch gehört zwang fürst ja ich hab's gehört ich dachte ich kann jetzt mal ein paar paar schritte weit laufen und das nächste story anfängt oder in das tor ist offen und vorliest spurlos verschwunden ja schön es ist durchgerannt es hat vorhin doch immer wieder versucht das tor einzurennen sagt mir bitte nicht dass es dann rein gerannt ist gut ich sag's dir nicht so ein mist da ist doch eigentlich zutritt verboten als die enkelin des professors noch klein war ist sie im wald angeblich mal in ernsthafte schwierigkeiten geraten ihre großmutter muss sie danach wohl ordentlich zusammengestaucht haben was machen wir jetzt zwang fürst da fragst du mich das ist echt knifflig ich habe auch keine lust später auf den deckel zu kriegen aber wer weiß was mit den armen punkten passiert wenn wir alles dort allein lassen da hilft nur eins augen zu uns durch konzern fürst jetzt wird ja ich bin kurz bei meiner mutter bescheid sagen dass man puketex hole oder was der schlimmer wald ist hier drüben falls es dir noch nicht aufgefallen ist wir suchen das wohl hier ich lege mal kurz eine kleine aufnahme pause 2 der held zieht in den wald unbesagtes schafspokémon aus den klauen wilder brutmann zu befreien mit seinem rivalen hopp geht es weiter voran im abenteuer in den wald schlummerwald naja so gefährlich klingt er jetzt nicht also da brauchen jetzt vielleicht nicht so groß angst zu haben vor dunklen gefahren und schweren unheimen ja in einem schlimmer wald in einem schreckenswald da wäre ich schon ein bisschen vorsichtiger aber gut hallo und jetzt verdichtet sich auch noch der nebel der wald ist denn nicht der nebel gehüllt passt auf wenn wir das pokémon nicht bald finden haben wir ein problem so auf geht's entweder das pokémon erscheint und will das pokémon direkt an es ist ein eichhundchen los modi gleich an zumindest raffel kampf gut das ging fertig wir hätten uns vielleicht fangen können auch können wir immer noch fangen haben wir bälle dann fangen wir uns ein raffen das ist doch plötzlich aus ein kleines ein kleines eichhundchen ähm brütteln tränke haben wir tränke haben wir pokémon haben wir nicht ach schade keine bälle mit es doch mal das ist ja sehr schade na 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 teckel teckel ist zu tode ja raffel besiegt erfahrungspunkte erhalten so und weiter voran kommst du mit kommst du mit kollege wir wollen doch deinen pokémon fangen geht's dein kuklo gut komm ich machs schnell wieder fit das wäre jetzt wirklich nicht nötig gewesen also wirklich nicht nötig weiter geht's man sagt das immer so das wäre doch nicht nötig gewesen das wäre jetzt wirklich nicht nötig gewesen für das pokémon nummer 2 es ist eine eule modi wir haben auch noch keine bälle das ist doch scheiße wir haben wirklich keine bälle mit dabei pokémon so ein Mist kann uns nicht jemand mal pokébälle geben ähm ich würd gern für mir das ein oder andere pokémon im flimmer weit fangen das neue pokémon das fänd ich jetzt nicht so schlecht das fänd ich jetzt nicht grundverkehrt ähm ja gut dann halt micro 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 das eulen pokémon besiegt erfahrungspunkte tun was halt für die erfahrungspunkte für die levels uhuuu die wölfe sind zurückgekehrt die wölfe sind nach ganar zurückgekehrt hm wir müssen angst haben hast du das eben auch gehört war das ein pokémon ruf bestimmt ein wolfspokémon ich würde mich nicht irren ich würde mich nicht wundern ich würde mich nicht wundern ein raffel wild erscheint es gibt so viele raffels eine raffel scheint hier so eine Art trotzfatz zu sein bloß halt eichhörnchen du eichhörnchen 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 die sind gut die sind sehr gut die sind sehr gut so und dann geht es mal weiter tiefer in den Wald hinein oooooh hier wimmelt es bestimmt doch von Wölfen das klingt doch komplett nach einer Wolfsburg Peilungsmergenfürst ich mache mir richtig Sorgen große Sorgen um Wolli Du und dein Wolli Dein Schaf Ja, Schaf und Wolf, das würde passen Das würde zumindest thematisch passen Und das Pokémon da jetzt Das Wolli angreift Der Nebel wird immer dichter Der Nebel gefällt mir gar nicht Man könnte fast meinen, der Wald will uns hier raus ekeln Der Wald ist ein riesiges Pokémon Ein legendäres Wald-Pokémon Es ist ein Wieser Floor Oh, äh, ja, gut Ähm Was ist das? Wurde Erzähl nicht Erzähl nicht Erzähl nicht Das legendäre Pokémon Erzähl mir nicht Level-Fragezeichen Erzähl mir kein Scheiß Das ist Das ist das Bescheuertste, was ich Das ist mit Das ist, das ist, das ist, das ist doch Im zweiten Part jetzt hier Das ist, das ist Nee, das ist bescheuert Den Champion haben wir auch schon im letzten Part gesehen Jetzt hier das legendäre Titel-Pokémon Äh, das ist Bitte, Gamefonee Na gut, ich setz mal gut ein Schauen wir mal, ob das was bringt Das kämpnisvolle Pokémon betrachtet dich Was zum? Die Attacke ist völlig wirkungslos Ja, es ist Du musst da die Level gar nicht in Fragezeichen stellen Das hier in der Attacke von Mordi jetzt nicht sonderlich was bringt Das ist Man greift das auch mal an Und das zeigt keiner eine Wirkung Ja Ach was Das erzeugt Nebel Und das Sound wird dumpf Uff, das kann ich dich gar nicht mehr sehen Können wir fliehen? Aus unerklärlichen Gründen kann Oblo nicht fliehen Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ihr wollt mich doch heftigstens verarschen Okay Ist überhaupt nichts mehr Das Nebel-Pokémon Waaah What the fuck Alles klar Okay Pop Zwergelfürst Da kommt der besagte Champ Delion Wie hast du uns gefunden? Ich meine Du verläufst dich doch sonst Bei jeder Gelegenheit Das ist nicht witzig Ich könnte von Glück reden Dass ich euch gefunden habe Ihr seid ewig nicht aufgetaucht Dann musste ich euch einfach suchen gehen Ich habe mir wahnsinnige Sorgen gemacht Da fällt mir ein Was ist eigentlich mit dem Woli? Es hat sich im Wald verlaufen Und ihr wollt dann es retten Deswegen sind wir hier überhaupt hier Vielleicht dieses hier Oh nie Dem geht es gut Wie ihr seht Aber Als ich hier ankam Wart ihr alle bewusstlos Hört mal Wenn Wenn das Ganze eine Rettungsmission war Ihr wisst Dass ihr den Wald nicht betreten dürft Einfach loszustürmen Ohne Mir Bescheid zu sagen War verantwortungslos Und gefährlich Einfach in den verbotenen Wald Zu laufen Aber Gleichzeitig Habe ich auch Eine Menge Mut Habt ihr auch Eine Menge Mut bewiesen Das muss ich euch lassen Ja Zum Glück ging alles nochmal gut Dieser wahnsinnige Nebel War ja nochmal harmlos Aber der Kampf Gegen dieses abgefahrene Pokémon Hätte auch anders ausgehen können Na Ende gut Alles gut Moment Welches Abgefahrene Pokémon Das hättest du mal sehen sollen Denion Es hat eine ganz unglaubliche Ausstrahlung Unsere Attacken hatten Gar keine Wirkung Es war als würde alles Durcherst durchgehen Die Attacken sind Durcherst durchgegangen Hm Im Schnummerwald Soll es tatsächlich Ein merkwürdiges Pokémon Gehen Aber Habt ihr es wirklich Gesehen Oder war es War das nur eine Illusion Als ob Eine Illusion Hm Ich hoffe Dieses Erlebnis Hat euch Den Wunsch Gewicht Stärker zu werden Vielleicht schafft ihr es Dann Eines Tages Das Geheimnis Der erste Wald ist zu lüften Aber jetzt solltet ihr erst mal wieder umkehren Keine Sorge Ihr werdet Ich werde dafür sorgen Dass ihr hier sicherlich Sicher wieder rauskommt Die Illusion hat uns Food und Food und Glam Das haben wir schon zwei Knuspies Die vermehren sich ja hier wie Ja Wie Ratten oder Das vermehrt sich Wie Kanickel heißt das Kanickel Wo wir gerade beim Thema Kanickel sind Hopp Die Illusion hat mir schon Davon erzählt Warum sind wir dann jetzt Hier bei der Mutter Wenn wir Na gut Wir sollen ihr Bescheid sagen Und die Illusion war schon hier Und jetzt Ja Hier ein kleines Taschengeld Für meinen großen Sohn Kauf dir davon im Pugman Center Ein paar Tränke Und was du sonst noch so brauchst Und kümmere dich gut Um dein Hopplo Vergiss nie Wie sehr es sich Für dich anstrengt Verlange ihm nicht zu viel Hör ab Und du Hopplo Pass mir gut auf Meinen Zwängenfürst auf Ja Du weißt ja Wenn irgendwas ist Kannst du dich immer Zuhause ausruhen Ja Klingt nach einer Reellen Realistischen Unthaltung Zwischen mir und meiner Mutter Pass gut auf Meinen Zwängenfürst auf So nennt mich meine Mutter Ja Ist auch mein echter Name Ja Mein vornames Zwergenfürst mit meinem Nachname Zwergenfürst 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 Meine Schwester heißen dann dementsprechend Also Habt ihr ja schon gesehen Oh Ein Geheimgeschenk Das muss man gleich mal auspacken Mal kurz speichern Speichern lieber öfters Zwischen Das ist dann halt hier Ich werde hier gleich schon das nächste Geschehen reingeschickt Oh Ein Karte Achso Ja Da oben geht es wahrscheinlich noch weiter Oh ja Oh 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 Da guck mal Da guck mal Ja da guck mal später hin Ähm Da haben wir schon zu weit rausgeschaut Ähm Geheimgeschenk Geheimgeschenk erhalten Aha Na sehr gerne doch Ähm Bei Internet empfangen Okay Schauen wir mal Geheimgeschenk Hab ich von was gehört Aber Dass da was gibt Hab ich gehört Aber Was soll ich denn Was wird Was wird hier mit gemeint sein Was kommt auf uns zu Verbindung über das Internet Aktiviert Suche nach Geschenk Giga Deinamax Mautzi Wähle bitte aus Welches Geschenk du erhalten möchtest Ich nehme das Ein Präsent Das ist ein Mautzi Was Giga Deinamax sehen kann Du hast ein Mautzi Überprüfe ich den Pugman Team Okay Alles klar Ähm Pugman Team Mautzi 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 klar dann möchte ich dann auch mal ein bisschen trainieren okay die wurde ich versterne weg pass auf dass du die schlafen wo die nicht aufwächst okay also müssen wir auch trainieren gehen so sieht es aus aber wenigstens ein paar bälle bekommen und dann können wir die erst im supermarkt kaufen pokémon fünf stück sehr gut kommen wir zurück in den wald gehen mal schnell und darin ist ein paar pokémon fangen ja mal ins mikro wild erscheint sowas von anspannung von mikro wirkt und sehr erstes gucken was wir fangen können ok teckel macht nicht komplett alle im ersten versuch na komm ja okay das war schon ja ja das war schon zu viel ach verdammt gedacht der hält es aus habe ich nicht richtig überlegt das mauzi muss auch mal nach vorne das muss auch trainiert werden das können wir gleich mal hier bewegen das kriegt auch gleich einen namen mauzi können wir keinen namen geben das heißt einfach mauzi ich will meinen spitznamen geben nicht ach das ist ja blöd ja schön und gut dass das dinamate sehen kann aber ja ich will den schon namen geben ich will meinen spitznamen geben mauzi so spezielles mauzi los geht's kampf moby die pöner schnitzern zahltag okay wo der zeit hat machen aber gut das hat man kommt ein bisschen training für das mal ziehen du hast jetzt einfach mal ziehen so schaut es aus als fährt jetzt erst mal besiegen erst mal mal zu trainieren suche nach einem weiblichen warum suche ich wohl nach einem weiblichen eulen pokémon ist ja wohl klar also wenn es hier schon eulen pokémon gibt muss das weiblich sein level hoch level 5 und level 8 ja 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 ja